So, Freunde, ich habe die Schnauze gestrichen voll vom Englisch. Ich habe mir heute was einfallen lassen, das super zur Musik von Alexey und George passt. Wir kombinieren nämlich das Ganze. Alexey, bist du nervös? Nervös, als ich deine Frage entstanden habe. Nein, das war viel Spaß. Wir benutzen viel Improvisation, was wir mit George tun haben. Es ist wie eine Konversation mit einem Freund. Egal mit Musiker Phrases. Ich bin definitiv nicht nervös. Es ist viel Spaß. George, war es für dich das erste Mal in einem Studio? Nicht das erste Mal in einem Studio, aber definitiv das erste Mal in einem Studio wie dieser. Ich habe nie gesehen, wie die warte, warte. Ja, es ist cool. Es ist cool, der Mix zwischen Elektro und Klassik. Wer hat die Idee? Ich und George haben wir in der Jam-Session in meinem Haus am See. Es war eine live Elektronik-Session, als ein live Musiker mit Elektronik. Und da haben wir uns mitgebracht. Wir haben uns mitgebracht. Wir haben die Details. Und dann, er und seine Freunde waren zu machen. Und er hat gesagt, warum würden Sie nicht join und spielen mit mir? Und wir haben uns mit ein paar Reheißen. Wir haben es gemacht. Es war gut. Wir beide lieben die Resulte. Und dann, wir spielen. Und die Leute, die Leute lieben die Resulte. So, wir nehmen uns die Entscheidung. Wir müssen weitergehen. Und, George, wo hast du deine Inspiration von? Mein Inspiration kommt von alles, von meinem Background in playing Acoustic Instruments zu Elektronik Musik, und viele verschiedene Types von Elektronik Musik. Und ich fühle mich, wie heute, du siehst Elektronik-Artist, und du bist nicht wirklich sicher, was sie sind. Die Leute nicht wissen. Es sieht einfach aus, so es sieht einfach aus, so mit Alexei, er hat die ganze Projekt, und er hat eine Elemente, die Leute anzunehmen, und er ist wirklich zu spielen, und wir können wirklich improvise und haben die Gespräche, wie er gesagt hat. Ja, das ist wichtig, zu sagen. Also, George, was er ist mit Elektronik Musik, er ist eigentlich zu spielen. Es ist nicht nicht so, wie der ganze Programm, die Geräte spielen und es spielt, und jemanden auf dem Topf, und er ist, wie ihn zu machen, und er ist, wie es zu machen. er machte Musik, in dem Moment, in dem Moment, das wird vielleicht, das nächste Mal microphones, wird es etwas anders, etwas anders, ein bisschen anders, ein bisschen anders. Das ist so wichtig, zu haben, zu spielen, wie es mit Elektronik Musiker mit Elektronik Musiker ist, das ist ganz neu für mich, aber super spannend. Und was war der Name der Song? Actually, der Song hat keine Namen. So, das ist nicht so spannend, aber es ist so neu. Und George, kann man sich vorstellen, zu spielen auf einer großen Stelle in front of thousands of Menschen? Ja, ich kann es vorstellen. Mit dieser Musik, es ist definitiv... Wir spielen oft an der Beginn der Partys und am Ende der Partys. So, vielleicht wenn die thousands von Menschen alle aufzüglichen, vielleicht wäre das eine gute Sache. Aber wir versuchen wirklich zu entwickeln diese Soundscapes und diese Moods die können sich aufzüglichen, als auch aufzüglichen. Vielleicht ein Day in Ibiza. Ja. Ja, es ist definitiv, es gibt thousands of Menschen da. Ja, so, die wir connected out there. Follow us. Ja. Ja. Good question. Where can your fans see more of you? Uh, you could check out Hubrist, is the name of my current project and Alexi. Um, so it's Hubrist featuring Alexi right now. Um, and we've got a lot of content that's coming soon. Some videos right now, like this one and other ones. All kinds of new stuff coming soon. Yeah. Yeah, exactly. Okay, the last question. Um, how did you become aware of us? Um, the information actually came to me through my other friend George, who was filmed here by Room 4U. George who? The guy who played Oud. That was Oriental Trio. So, uh, he just told me that there are guys in having an amazing studio. Uh, you can shoot a great video there. Send them some info. And let's see. So we send them, uh, the very first video made, uh, with George in our rehearsing room, where we rehearsed for the first and the last time. And, um, yeah, that, then I guess, guys, you saw it and we got the response that you liked the music and you would do, uh, this video shooting with us, uh, which is fantastic because, uh, I was actually imagining this studio kind of smaller and less, uh, subtle, like less, let's say professional. But now I'm here and it's like so great, amazing atmosphere, great crew. And I'm really looking forward to see the video. Okay. Is there anything you want to say to your fans out there? So the stage is yours in this camp, please. I would say, listen to what you like. And if you like our music, spread it around so we can keep making more music for more people. like you who like it. I would say he's right.